Herzlich Willkommen zu einem neuen Projekt, zu einer kleinen Frust-Spiel-Session, weil ich gerade von Eron ziemlich frustriert bin, aber dennoch einen Plattformer spielen und zeigen möchte zu VVVVVVV, das sind sechs V's. Äh, schon ein kleiner Klassiker, nicht allzu altes Spiel, aber es sieht sehr alt aus, hinzugegeben. Was soll's, ich fang gleich an. Das hier ist ein Raumschiff und es ist irgendwas schief gelaufen. Oh oh, ist alles okay? Nein, wir haben den Minster Aufzug die Verteidigung davon getroffen. Und irgendwas ist falsch. Wir crashen. Evakuieren. Oh nein. Alle Mann von Bord. Das sollte nicht passieren. Yay. Puh. Das hat mir gerade Angst gemacht. Immerhin sind wir alle entkommen. Richtig? Leute? Oh. Willkommen an Bord. Und wie Eron hat auch dieser Plattformer eine kleine Besonderheit. Nämlich ist das hier, dass man nicht springt. Sondern die Richtung der Gravitation umdreht. Ich frage mich, warum das Schiff mich hierher alleine teleportiert hat. Ich hoffe, alle anderen geht es gut. Äh, genau. Es gibt so kleine Checkpoints. Das hier. Und wenn man stirbt, dann kommt man an diesem Checkpoint wieder raus. Und das Sterben passiert hier, wie bei Eron, auch ein bisschen häufiger. Im Gegensatz zu Eron sieht man aber alles, was einen erwartet. Und deswegen ist dieses Spiel sehr viel skilllastiger und von den eigenen Fähigkeiten beschränkt als, ähm, Eron. Ja. Es ist zwar schwer, aber es ist immerhin nicht frustrierend. Und ich habe einen Shiny Trinket gefunden. Eins von 20. Davon gibt es 20 Stück im ganzen Spiel. Ähm, man muss sie nicht alle finden, aber man kriegt, glaube ich, irgendwie eine besondere Belohnung, wenn man es dann irgendwie tut. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Das hier ist ein Terminal, ein persönliches Logbuch. Äh, fast jeder hat, äh, evakuiert von der Raumstation. Raumstation, nicht Raumschiff. Ähm, der Rest, die restlichen von uns, äh, hauen bald ab, sobald unsere Forschung vervollständigt ist. Das ist dann wohl eine Art der Kommunikationsterminal mit den an Bord des Schiffes Verbliebenen. Und das da war gerade auch gemeint. Hey, vielleicht kann ich hier äh, eine Nachricht rausschicken. Violet, bist du das? Captain, dir geht's gut. Irgendwas Schlimmes ist passiert mit dem Teleporter. Ich glaube, jeder wurde irgendwo anders hin teleportiert. Jeder einzeln. Sie könnten überall sein. Oh nein. Ich bin auf dem Ship. Es ist ziemlich beschädigt, aber es funktioniert noch. Wo bist du, Captain? Ich bin auf irgendeiner Art Raumstation. Es sieht ziemlich modern aus. Ich weiß ja nicht. Äh, es gibt wohl eine Art Interferenz in dieser Dimension. Ich schicke dir mal die Koordinaten von dem Ship, auf dem du gerade bist. Und ihr eigenes Schiff. Ich kann dich nicht... Sie kann mich nicht zurück teleportieren, aber wenn ich einen Teleporter finde, irgendwo in der Nähe, dann sollte ich mich zurück teleportieren können zum Schiff. Denn von dem Schiff-Teleporter habe ich jetzt die Koordinaten. Aha, und ich werde versuchen einen zu finden, einen Teleporter. Viel Glück, Captain. Äh, ich werde versuchen den Rest der Crew zu finden. Sehr schön. Solche Mitarbeiter braucht man. Und wie man vielleicht hört, äh, wie auch Eron und auch Cave Story hat dieses Spiel... Ach, Bitmusik. Da ist so weit hat es scheinbar trinkert. Ich brauche sie wahrscheinlich wirklich nicht. Tatsächlich braucht man sie nicht. Aber es wird nett sein, sie zurückzunehmen zum Schiff. Und, äh, Mist. Genau, äh, Ach, Bitmusik. Finde ich super, persönlich. Finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, Leute, die das nicht mögen. Oh, mein Nö. Ähm, kann ich das nicht? Nein, okay, das kriege ich nicht direkt. Aber ich finde Ach, Bitmusik super. Och, Mann. Ich vergesse irgendwie, immer wenn ich da hochkomme, dass das... Ähm, vielleicht auch noch nicht. Keine Ahnung. Oh, nö. Übrigens, an dieser Stelle ein Gruß an Zwergesel, der mir dieses Spiel vor Ewigkeiten, glaube ich, empfohlen hat. Oder, oder über zwei Ecken kam es zu mir von ihm. Ich weiß nicht. Ach so, nicht, dass er das programmiert hätte oder so, aber, äh, über ihn. Ich habe von mehr oder weniger direkt, äh, oder indirekt, äh, kenne ich dieses Spiel. Ich habe jetzt keine Lust mehr. So. Ich gehe sterben. Nein. Genau, Zwergesel, äh, wir haben auch schon zusammen dieses Spiel gespielt, uns gegenseitig unsere Skills gezeigt. Nein, wir jetzt runter. Ja, sehr gut. Yay, das Zweite. Und jetzt keine Lust mehr. Jetzt gehe ich raus. Und deswegen, genau, ein Gruß an ihn. Das ist ja, ich weiß, wenn ich Enter drücke, das mir gerade eben aus Versehen passiert. Dann kriege ich die Karte. Das da ist ein Space Invader. Yay. Das war dumm. Das war sehr dumm. Äh, Moment. Ach so, ja, genau. Hui. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Nein. Verdammt. Oh, nein. Oh, nein. Mist. Nein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich versuchen werde, alle 20 Trinkets zu finden. Weil, das wird ziemlich schwierig werden. Kriege ich hier den Sand komplett weg? Ach so, was heißt Sand? Treib Sand? Keine Ahnung. Ich nenne es Treib Sand, aber es sind ja eigentlich so Plattformen, die sich auflösen. Und wahrscheinlich kann man hier um einiges schneller durchgehen, als ich das tue. Aber, ich lasse mir ein bisschen Zeit und fail dafür umso mehr, wenn ich mal dann was versuche, Gewalt zu machen. ein Teleporter. Ich kann zurück zum Schiff. Yeah. Ähm, es gibt allerdings, nee, da war keine Abzweigung. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, als zum Schiff zu teleportieren und deswegen mache ich das sowas einfach. Captain! Ich habe ein Krummig-Deep gerettet. Vier bleiben übrig. Oder vier sind noch übrig. Vier muss ich noch retten. Vier sind noch da, um gerettet zu werden. Was ich ein bisschen komisch finde, weil die ist ja schon an Bord des Schiffs. Das heißt, die ist ja quasi schon gerettet. Keine Ahnung. Doktor, hast du... Ach so, nein! Bin ich auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Äh, Doktor, hast du irgendeine Idee, was den Crash verursacht hat? Es scheint... Es gibt irgendwie so ein bizarres Signal da draußen, das mit unserer Ausrüstung interferiert. Es... Ja, dadurch hat das Schiff seine Quantenposition verloren. Es kollabiert in dieser Dimension. Oh nein. Aber ich denke, wir sollten in der Lage sein, unser Schiff wieder zu fixen und hier rauszukommen. Solange... Also natürlich, nachdem wir den Rest der Crew gefunden haben. Wir haben keine Ahnung über diese Dimensionen. Unsere Freunde könnten irgendwo sein. Sie könnten verloren sein oder in Gefahr. Können sie zurück teleportieren? Nicht ohne einen Weg mit uns zu kommunizieren. Wir können ihr Signal nicht orten und sie können nicht hier teleportieren, solange wir nicht wissen... Solange sie nicht wissen, wo das Schiff ist. Also was können wir tun? Wir müssen sie finden. Äh... Geh raus in die Dimension, schau dich um und finde sie. Okay, wo fange ich an? Ich hab mal geguckt mit einem Scanner. Äh... Funktioniert nicht, aber ich hab was anderes gefunden. Nämlich ein paar Signale. Diese Punkte haben hohe Energie und wahrscheinlich sind es Teleporter. Das heißt, wahrscheinlich in der Nähe von was Wichtigem. Könnte ein guter Anfangspunkt sein, um sich umzuschauen. Na gut, dann geh ich da mal raus und schau mich mal um. Mal gucken, was ich finde. Und, äh... Der Doktor bleibt hier und ist quasi hier so als Backup, wenn ich Hilfe brauche. Terminals. Schiff. Schiffradio. Funktioniert. Achso, nur das eine funktioniert. Ah, und das da oben. DSS SoulEye. Schiff Navigationskontrolle. Unser Schiff heißt DSS SoulEye. Error, Error. kann die Dimensionskoordinaten nicht isolieren. Interferenz detektiert. Falschenturk. Was? Ah, da kann man die Musik auswählen. Cool. Ich war gerade hier. Die Songs werden weitergehen, bis ich das Schiff verlasse. Und wenn ich Trinkets sammle, dann kann ich neue Songs freischalten. Das nächste kriege ich mit 18 Trickets. Na, vielen Dank. Und ich glaube, hier kann ich meine Trinkets aufbewahren. Victoria liebt es, die interessanten Dinge, die wir bei unseren Abenteuern entdecken. Zu studieren! Ich hoffe, sie ist okay. Ich hoffe, ihr geht's gut. Hier kann ich sie aber nicht mehr einsammeln, oder? Na, schade. Leider nicht. So, ein letzter Blick auf die Karte. Hier unten ist der Teleporter des Schiffs. Den kann ich allerdings nur benutzen, um dahin zurückzugehen, wo ich gerade herkomme. Das bringt mir relativ wenig, weil das hier eine Sackgasse war. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt habe, ist hier rauszugehen, aus dem Schiff. Yeah! Und dann speichere ich doch glatt mit dir an dem Speicherpunkt. Und schau mich hier um. Ne? Was es hier so alles gibt. Dumplidum. Guck mal, da ist doch so eine Öffnung. Was gibt's hier so? Oh, hier geht's runter. Dumplidum. Hä? Ach, jetzt bin ich hier rüber. Okay. Das Gemeine ist halt auch, man kann wirklich nur die Gravitationsrichtung umdrehen. Oh, ein Teleporter. Äh, wenn man auf dem Boden steht. Das heißt, hier mitten in der Luft kann ich halt einfach nicht umdrehen. Das wäre ja auch ein bisschen zu einfach, dann direkt vor den Stacheln wieder umzudrehen. So, wir hätten ja hier zum Beispiel. Ich glaube, ich habe hier schon was gefunden. Wo es weitergeht. Ey, sag mal. Ich habe zu viel Eroon gespielt vor euch. Meine Konzentration ist weg. So, was haben wir hier? Ein, äh, Forschungsnotizen. Der letzte Schritt, um den Dimensionsstabilisator zu bauen, war, ein Feedback-Grupp zu kreieren. Okay, was ist immer, dass auch mir sagen mag. Der Filter. Ja. Jep. Und, ich würde sagen, das waren jetzt, äh, 13 Minuten. Zeit für eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei diesem tollen Spiel. Viel besser als Eroon. Entschuldigung, Muckel, aber das ist echt besser. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.